Er ist Treasure Hunter. Haben Sie schon mal gehört? Treasure Hunter ist ein Schatzjäger und er findet mit seinen Sonden und Detektoren regelmäßig Schätze aus vergangenen Zeiten. Sein YouTube-Channel German Treasure Hunter ist ein sehr erfolgreicher Channel und er gräbt dort uralte Sachen aus und zeigt sie in die Kamera. Oh mein Gott! Oh, ich krieg gleich einen Herzinfarkt! Geh mit uns auf die Suche nach verborgenen Schätzen, tief versunken unter der Erde. Was? Alter, ich lasse aus! Es ist ein eiseres Kreuz oder sowas. Und das wäre natürlich echt mega spannend, wenn wir jetzt hier so ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg rausziehen. Ey, wenn das jetzt ist, was ich glaube, was es ist. Alter! Es ist einer! Gold! Wahnsinn! Da könnte ich ausklippen! Eine Silbermünze! Und was für eine, ey! Ha, ha, ha! Guck dir das an! Ein Riesending! Ja! German Treasure Hunter Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!